Wir machen weiter mit Spiel Nummer 4 und Spiel Nummer 4 ist ein neues Spiel. Und bei Spiel Nummer 4 geht es darum, dass wir Memory spielen. Oh, hat Spielsmitgetzen gemacht. Das Spiel ist... Immer am Abkopf von der Typ, ey, unglaublich. Das Spiel ist kinderleicht, Max. Das Spiel ist kinderleicht. Wir spielen Memory und es geht halt wirklich darum, wir haben halt gleich 48 Bilder. Die sind verdeckt und dann könnt ihr immer, wie beim echten Memory, das muss ich glaube ich nicht erklären, zwei aufdecken und wenn ihr beide, wenn ihr die gleichen findet, dann kriegt ihr ein Paar. So, und wer als erstes, welches Team als erstes 13 Paare hat, gewinnt. Ich zeige euch das mal kurz, wie das aussieht. Moment, wie nochmal? Also ich stecke was auf und dann muss mein Mate auch was aufdecken? Ne, ihr könnt euch das Team absprechen. Achso, okay. Also ihr sagt mir als Team, wir wollen jetzt, guck mal hier, das Feld mal geöffnet. Wir wollen jetzt sagen wir mal A1 öffnen. Also am besten sagt ihr es immer so, ansonsten ist es natürlich immer schwierig. Ansonsten ist es natürlich schwierig zu finden für mich, wenn ihr jetzt hier mir dann sagt, dass, ja, irgendwie das unten rechts in der dritten Reihe. Gut, und aussuchen darf sich ein Teampartner, der gute Gonny. Ich nehme Leo. Okay, Gonny und Leo gegen Max und Lenny. Ja, ich befürchte, Leo ist da echt stark drin in so einem Spiel. Max, mach dir mal keine Sorgen, du schaffst das schon, wir schaffen es. So, dann lehne ich mal oben das ein und schreibt nochmal die Teams hin. Ja, Max, ihr fangt an, sagt mir ruhig was. Ich nehme klassischerweise A1, oder? Ja. A1? Ja. Staufe der A1. Eichhörnchen, okay, dann. Noch eins. D6. Ja. D6. Was ist das? Ich erkenne es gerade nicht. Ein Igel. Ah ja, okay. Ein Igel. Dann mache ich das wieder zu und dann darf das andere Team weitermachen. A2. Und A5. Okay. Boah, mein hier nur um die Uhrzeit, oh je. Dann mach du mal ein paar Karten, Max. Ja, ja, G7. G7? Was ist die Idee, ey? Ach, F. Warum habe ich G eigentlich hängelstriegen? Okay. Äh, 7. G7, okay, aber. G7. Ja. Okay. Ein Hund. Oh. Hund. C8. C8. Ist ganz rechts. Komm kam bei C4 eigentlich ne Bombe. Okay, das war einfach Auto, ne? Kann man sagen. Dann wieder Gorni und Leo. Leo machst du. 7 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 ok wir gucken mal richtig stark ein offenes ein offenes pärchen und ihr seid natürlich jetzt noch mal dran und bekommt erstmal euren punkt ja dann mach nochmal e3 e3 hat er g nicht gesagt hat er nicht g3 gesagt egal dann f3 wo ist eigentlich das e ich hab das in meiner liste deswegen stimmt das ja auch alles nicht hier unten mit meinen buchstaben da bildet schon schwierig ja stimmt ok dann g3 auch ja g3 g3 das da drunter also ja ok ja macht immer den c4 ups ich muss erstmal das andere wieder verdecken man das ist hier irgendwie anstrengend so was wolltest du c4 c4 schon die bombe zünden da geht es auch ab auf dem bild b2 b2 da geht es auch ab auf dem bild ja das andere team d1 d1 hatten wir noch nicht oder ich glaube nicht nehmen wir mal nehmen wir mal a5 a5 ok scheiße war auf max lenny war auf a2 nicht auch irgendwie sowas ich bin mir nicht mehr sicher ne mach mal auf bitte a2 a2 ja ok a2 c1 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 ja c2 nice ja koni dir c1 ok c1 und c4 c4 nice das ist richtig punkt nummer 2 ich hab mir auch vielleicht einen halbenpunkt für die vorlage das ist ja max ne golly und leodorf nochmal natürlich soll ich es sagen oder sag ich es wieder ne mach ruhig d8 d8 hm das hat mir glaube ich auch nicht und sage a1 a1 ne ne a1 hatten wir schon mal achso egal hehehe das andere team bitte wer ist wieder dran von uns beiden du g5 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 g wie gisela ok max wo war das war das f f f f f d1 wolltest du d1 nehmen ich glaube es war d1 da machen wir d1 ok d1 ok d1 richtig damit der erste punkt auf vor euch ich war so f1 erst noch nehmen ok gut ihr seid nochmal dran d6 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 mhm hatten wir das schon also wir hatten es schon aber ich glaube ich hatte den evil da schon aufgehtekte oder war das d6 ich weiß es nicht mehr kann sein dass es d6 sogar war ok dann a7 a7 fällt der eagle muss wieder zu und corny und leo sind wieder dran ich kann aber immer weiter reden oder natürlich ja ok b2 b2 ja ok ich frage halt immer nur bevor ich was falsches aufdecke ja ja frage ich immer sicherheitshalber nach b2 und b1 nee schade lenni und max und wo soll ich das wieder g2 g2 ja ok was soll das denn sein ok ok ähm c8 ach ja ok müsst ihr euch bekannt vorkommen mach es mal wieder zu also vergeben g gg 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 g8 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 hat ihn auch noch nicht und ich weiß die gerade hm a2 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 ne das ist falsch hat zwei auch ein gern genommenes fälscht und glaube ich zum dritten oder vierten mal geöffnet ok decken wir mal dazu ich trage oft geöffnet das und ja ich mache gerne einen vorwurf dann im max dann im max wir f5 schon oaa mach mal ich glaube wir hatten das noch nicht f5 f5 ok ne hatten wir noch nicht ach du scheiße ähh ein f8 f8 andrea berger wer ist das ja echte ja wirklich wirklich f3 f3 und konnte eigentlich offen lassen was möchtest du noch ich habe das erkannt dass er das aber gut ich kann besser aber dass du das auch mitbekommen hast steht natürlich noch mal dran die d3 die drei leo weiß noch wo das war ich glaube es g8 oder c8 von beiden nene g8 g8 ja belastet richtig noch ein punkt ja 1 und sagt noch mal dran leo machte was hat mir noch für die 1 hat mich fest ist ja hier bitteschön ich glaube nicht daran das wissen ich auch nicht was dann noch alles auch reden ja gut der kopf hat für euch dann tipps geben auf die art und weise kann man so sagen hat das bild eigentlich auch mit andrea berg ist ganz weiß was ja was a1 ach so gott jetzt habe ich den witz erst verstanden a1 ja hat mich schon b1 max ich glaube nicht ich habe noch angst dass wir den grad schon wieder in die vorlage liegen können aber ja wie 1 hatten wir schon max ich muss mir kurz fragen aber merkt es beginnt die ersten taktik spielchen ist egal ich weiß wo es gehört ist für deine größenwahnsinnig ey ja mach das einfach ok ähm f1 f1 wo war der andere gonji weißt du was ich würde sagen a1 glaube ich ok was noch ist das ein witz f1 würde ich vielleicht noch mal ausprobieren ob da jemand gefunden ist was vielleicht passen könnte ich hoffe man wenn ich nicht mal ausprobieren punkt vor euch sagt noch mal drin warum kann die dorstikals noch mal sagen ne ich nehme ich nehme hier äh äh d7 d7 ja und dann würde ich b1 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 wollt ihr wirklich b1 ja wirklich wie viel pech gab es noch mal ähm wer zuerst 13 punkte hat gewinnt also es gab wirklich insgesamt 44 pärchen also 44 bilder 20 pärchen leo machen wir mal oder mit 24 pärchen was wollt ihr d d d d d ich überlege gerade jetzt mit d 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 6 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 gut dann warte ja jetzt generell mal gut dann ja fuck wo war der denn a4 wir sind wieder dran ne ja mag war das g1 was wollt ihr denn das g4 hatten wir glaube ich noch gar nicht ja dann mach mal g1 ich hab mir schon wieder nicht gemerkt wie wir leben war g1 was ähnliches aber das ja dann hatten wir hatten wir schon die warte irgendwie fehlen hier ein paar paar f2 haben wir f2 heute f2 gute frage weiß ich nicht ja dann nimm mal leo pikachu das hatte ich noch nicht warum sagt er das gar nicht f7 ich bin so schlecht das ist echt geil oft war richtig ich dachte mir bei den wachsen oben seitdem ich was falsches aufgedeckt habe aber da auch bestimmt max das weiß auch was sie falsch ist und was richtig ist grüße gehen raus an personen würde mich freuen über noch einen zweiten zweites bildchen f3 glaube ich nehmen was f3 auf 3 ok gemacht zwei a2 das machen die ganz geschickt das ist natürlich das ist ich hab die taktik der will auch sogar durchschauen also und dann seid ihr dann wieder dran online sie müsste ich mal ein bisschen ran halten also ruhig bleiben sind 22 pärchen ja g3 24 pärchen sogar was möchtest du g3 g3 ja wir hatten schon mal weil ich weiß nicht ob das die stelle war a8 a8 ich hätte etwas anderes sagen wollen scheiße ich hätte etwas anderes sagen und wir müssen noch g3 weg machen es ist in b2 das gleiche bild b2 würdest du sagen b2 ok ja das ist richtig und was noch a8 stark es wusste ich auch mal wieder was und dann ist es man sieben zu eins das ist ja schon deutschland brasilien verhältnisse also scheinen jetzt im moment eindeutig zu sein mal gucken was noch passiert was möchtest du äh komm g4 g4 was hatten wir ich glaube c8 c8 ja richtig 8 zu 1 wollen wir noch mitspielen überhaupt oder leon wie geht es denn weiter komm g5 habe ich noch alles glaube ich wie bitte g5 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 haben wir doch schon auf hier ja ich würde sagen d1 achso ich meine g6 sorry achso ich finde das zählt als ne ah das fand ich jetzt auch schon ein bisschen rigged ähm d8 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 ne 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 warte warte gesagt gesagt ist gut gesagt d8 wurde gesagt warte doch nein ihr habt d8 gesagt der hat geschrien ich meinte gar nicht ja ist richtig soll ich das offen lassen wollt ihr das max wo war das f8 ich glaube ja ich glaube ja f8 ja klar f8 doch auf jeden fall war es f8 ja doch f8 f8 ja ja ist richtig scheiß vor allem weil sie jetzt da eben schon mit der maus drauf war ja das ist so das ist so okay guck mal wie die abgeschlagen sind da hat man ja mitleid so ein bisschen also da muss man ja irgendwie helfen man hat kein mitleid mit seinem gegner ist das meine gegner ja jeder spricht hitler lenny hatten wir a7 schon ach glaub nicht mach auf den lachs ja ja gut mach mal reich eine wunderführende mond die erde der mond alles klar leo die erde ja wir leben auf dem mond das war ein mond okay ja so das ist einfach a2 wieder ne nein aber wir müssen ja gut ja wir müssen nur wieso mal putze machen ja wir müssen eh riskieren also naja ich bin mir nicht sicher was wir noch nicht hatten richtig das ist auch doof äh ich hab mir c7 schonmal ich hab mir b8 schon bin ich mir auch nicht sicher ich kann auch b8 nehmen ja mach das mal deine entscheidung vielleicht ist vielleicht besser b8 ja mach mal b8 ok leo ich weiß eins b1 das ist was g1 g1 einfach nur lächerlich und was noch b8 b8 b1 war der richtig punkt nummer 9 für euch was wusstest du goni das gleiche oder jaja ich wollte das auch sagen wir c7 von lenny was er sagen wollte ja ok c7 c7 das wollte max sagen ist es ist es d5 oder ich glaub d5 ne ich glaub d6 aber was sagt d5 ich glaub d6 ich bin ja auch nicht sicher ich bin ja auf d6 das war ganz am Anfang glaub ich ne ich glaube d5 c7 ok dann d5 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 ich vertraue goni ja gut oh das ist falsch und c d5 c7 wird weg gemacht und was nehmt ihr denn ja aber nimmst ihr erst dann das was du geschrieben hast was ich geschrieben habe jetzt du meinst äh also nicht erst das was die eben aufgedeckt haben das wir müssen unpunktlich sein also c5 c5 möchtest du ja c wie caesar ok da hat mir doch nicht so ganz verstimmt ich glaub das war bei g g2 oder g3 mhm genau tja ich glaub g3 mach auf g3 ja oh g3 ne ja richtig ja stark neun d6 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 ja ok und c7 noch ein punkt wir brauchen ein bisschen absterben hast du schon die paar Punkte drauf gepackt? ja natürlich 9 zu 4 steht's ich find wir waren bei 5 glaub ich ja ja wie geht's denn weiter? c2 schonmal ey hör mal du fragst hier du stellst dir Fragen was wollt ihr denn dann? c2 ja mach auf den lachs ja mach auf den lachs so oh a5 richtig pfff alter das muss ich noch 9 zu 5 ihr seid wieder dran ok komm scheiße mach du mal erstmal weiter b b 5 d 5 5 nein das hatten wir noch gar nicht welches sales hatten wir noch gar nicht? abends aufgepasst was hat der gesagt? b5 b5 haben wir gerade aufgemacht das siehst du doch auch hä? abends ja aber wenn ich nicht weiß was ihr gesagt habt so nanny welches sales hatten wir noch gar nicht? also ich glaub d2 ist ein Kandidat aber ich bin mir nicht ganz sicher äh f6 bin ich mir auch nicht so sicher ja richtig ich bin bei f6, f7 so rum ne f7 war f7 war was? ich möchte jetzt nicht sagen was ne ist auch gut so ähm ja was war denn noch? a3 a3 war auch schon offen ne? a3 war schon ey wenn ihr direkt findet ne? ist ja belastend f6 würd ich probieren oder? ja mach f6 möchtest du? mhm uuuhh pss ok ok dann ist das andere Team dran ay caramba jetzt würd ich fast alles finden oder? d8 um d8 d8 möchtest du? ja a2 haha aber ey das ist so asozial ich verstehe die Taktik ja war natürlich leider ein Fehler was? oh Gott ich wusste was war deine Recherchen haben nicht gestimmt so ihr seid wieder dran denn hier Max d4 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 hat er glaube ich gesagt d4 d4 haben wir auch schon aufgedacht oder? auch was komplett neues oder? ne 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 d4 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 gut dass wir das schneiden können was ist jetzt lieber von den beiden macht das erste das erste okay dann nehme ich noch g2 g2 jetzt zeig dir was macht ja die firma sich noch schließen und jetzt bist du gerne mal d5 und d4 korrekt punkt nummer zehn für euch ein daneben es ist ja unglaublich was 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 sechs wir verstehen nix banane sex banane sex b6 f7 f7 mark schlägt die händischen umkopf zusammen gucken wir mal ob es richtig ist richtig elf zu fünf noch zwei punkte und ihr habt gewonnen soll es oder du gar nicht im c6 c6 a2 k2 korrekt noch ein punkt und ihr habt gewonnen konnie wusste es nicht obwohl es so oft aufgeteilt haben doch wusste ich aber leo hat es ja schnell gesagt soll es oder so wieder macht du b3 b3 ja f2 f2 gesagt das müssen wir leider f zu öffnen und sehen dass das richtig ist und damit habt ihr das spiel gewonnen dann würde ich sagen denke ich jetzt alles mal auf okay weil jetzt also das weiter zu spielen nutze ich wirklich dann mache ich mal alles weg und dann sehen wir alles wenn wir alles noch verschwommen geworden oder wir sind jetzt was ich muss das krepp gehen als achts leider bei das kommt ja ich würde sagen wir sehen darüber morgen weiter ach da der auto deswegen ist das was als ob der a3 nicht einmal aufgedeckt hatten ja stimmt erinnerung dass die a3 schon aufgedeckt hätten ja sehr sehr spannend das war das endbild damit gewinnen goni und lenny eine goni und leo nicht lenny nein leo ein punkt wachs holt schon die weiße fahne raus und damit steht es 3 zu 3 zu 3 zu 1 ja noch eine frage zum abschluss der folge da es jetzt gut aussieht ich hoffe dass hier das letzte spiel kein dicks ist wo ihr punkt gesetzt dann lass dich verraschen leo lass dich verraschen es helfen nicht weil heute sieht der scheiß für mich aus ich habe auch immer einen plan b also wenn maxima erfolgreich ist kann ich immer noch irgendein final aus dem hut zauern wo wachs dann wieder verliert ja das war's bis zum nächsten mal ciao